Hallo, schön dich hier beim letzten Video des Mathematik macht Freude Freunde, Videolernzyklus zur Symmetrie zu sehen. In diesem Video geht es darum, dass du die einzelnen Schritte lernst, wie man Spiegelbilder oder symmetrische Figuren konstruiert. Darüber hinaus wirst du auch dein bereits erarbeitetes Wissen zur Symmetrie festigen und überprüfen. Wichtig ist, dass du bereits die wichtigsten Begriffe der Symmetrie gut kannst und dass du selbstständig in der Lage bist, zu entscheiden und zu begründen, wie so eine Figur symmetrisch ist oder nicht. Lass uns eine kleine Aufwärmübung machen und teste darin dein Wissen. Entscheide, welche Buchstaben, Ziffern, Zahlen oder Wörter Achsen symmetrisch sind und welche nicht. Versuche auch, die Symmetrieachsen einzuzeichnen. Pausiere dafür das Video. Zieh dir die Buchstaben, Ziffern, Zahlen oder Wörter in Ruhe an und entscheide, welche als symmetrisch bezeichnet werden können und welche nicht. Anschließend werde ich dir die Lösung verraten. E ist ein achsensymmetrischer Buchstabe. Die Symmetrieachse liegt waagrecht durch die Mitte des Buchstabens. Die 8 ist ebenfalls symmetrisch, da sie eine senkrechte Symmetrieachse, die die Ziffer in der Mitte teilt, besitzt. Die Zahl 85 ist keine achsensymmetrische Zahl, da weder eine senkrechte, waagrechte noch schräge Symmetrieachse durch 85 gelegt werden kann. Das Wort Tat ist symmetrisch. Die Symmetrieachse liegt senkrecht durch die Mitte des Buchstabens a. Falls du dir schwer getan hast, deine Entscheidungen zu treffen, schau dir am besten noch einmal das Basic-Video zur Symmetrie an. Jetzt bist du bereit für unsere erste Aufgabe. Symmetrieachse möchte in ihrem Rätselblock Aufgaben lösen. Zufällig hat die nächste Aufgabe etwas mit Symmetrie zu tun. Symmetrieach soll ein Spiegelbild zeichnen und dadurch erkennen, um welche symmetrische Figur es sich bei dem Rätsel handelt. Jedoch weiß sie nicht, wie sie am besten an diese Aufgabe herangehen soll. Auf ihrem Rätselblatt sieht man die Hälfte einer Zeichnung und in der Mitte die Spiegelachse. Damit wir erkennen können, um welche Figur es sich handelt, müssen wir die bereits konstruierte Hälfte der Zeichnung auf die andere Seite klappen, damit wir anschließend zwei deckungsgleiche Hälften vorliegen haben. Für das Lösen dieser Aufgabe benötigst du einen Bleistift und ein Geodreieck. Lass uns loslegen! Ich zeige dir, wie wir eine achsensymmetrische Figur konstruieren. Am besten beginnst du bei dieser Figur unten bei der waagrechten Strecke. Wir wollen diese Strecke nun auf die rechte Seite der Symmetrieachse spiegeln. Wichtig ist, dass du genau mit deinem Geodreieck abmissst, wie lang diese Strecke ist. Hier ist sie zwei Kästchen lang. Das bedeutet, wir müssen nun eine zwei Kästchen lange Strecke auf der rechten Seite der Spiegelachse, die achsensymmetrisch zur gegebenen Strecke ist, mit dem Geodreieck konstruieren. Als nächstes muss die senkrechte Strecke gespiegelt werden. Diese ist wieder zwei Kästchen lang und liegt genau senkrecht am Ende der waagrechten Strecke. Jetzt fehlen noch zwei schräge Strecken. Beide schrägen Strecken der linken Seite gehen genau quer durch ein Kästchen. Damit wir diese auch auf der rechten Seite halten, beginnen wir am Ende der vorhin senkrecht gezeichneten Strecke eine Strecke schräg nach unten durch dieses Kästchen zu machen. Jetzt fehlt uns nur noch die letzte schräge Strecke. Für diese verbinden wir das Ende der einen schrägen Strecke mit dem Ende der anderen schrägen Strecke. Super, wir haben es geschafft! Doch um welche Figur handelt es sich hier? Hast du eine Idee? Ja genau, hinter dem Rätsel versteckt sich eine Krone. Ich bin mir sicher, du schaffst es nun auch alleine Bilder zu spiegeln. Versuche das folgende Spiegelbild zu konstruieren und zu erraten, um welche symmetrische Figur es sich dabei handelt. Ich gebe dir einen Tipp. Hier ist die rechte Seite des Bildes bereits konstruiert. Du musst also nun die rechte Seite auf die linke Seite der Symmetrieachse spiegeln. Los, versuch es! Sieht deine Lösung auch so aus wie meine? Wenn nicht, pausiere nochmals das Video und versuche deinen Fehler zu finden. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Denkaufgabe für dich. Was verbindet die Eule Symmetrie, die uns durch die letzten Videos begleitet hat, mit dem mathematischen Begriff der Symmetrie? Ja super, genau! Symmetrie und die Symmetrie haben nicht nur einen fast gleichen Namen, sondern Symmetrie ist auch selbstachsensymmetrisch. Ihre Symmetrieachse geht senkrecht durch ihren Körper und teilt Symmetrie in zwei deckungsgleiche Hälften. Du bist spitze und hast nun eindeutig gezeigt, dass du ein Meister der Symmetrie bist. Du kannst stolz auf dich sein!